Technisat stellt eine neue Generation an Fernsehgeräten vor. HDTV46 heißt es jetzt und hier. Ein Fernsehgerät mit 117 cm Bildschirmdiagonale, einer eingebauten 500 GB Festplatte für ihre Aufnahmen und der Freiheit des Fernsehempfangs. Sprich, wir haben einen dual HD-tauglichen Multi-Empfangstuner, wo Sie Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen, analoges Kabelfernsehen, DVB-T und Radio gleich zweimal direkt empfangen können zum Aufnehmen und zum Anschauen. Aber gleich noch viel mehr. Wir haben im Lieferumfang alles dabei, um die Bedienung einfach zu gestalten. Einmal die neue Komfortfernbedienung von Technisat, übersichtlich angeordnet, ein schönes Design und auch hier unteren Bereich, da wo man mit dem Daumen meistens ist, sind direkt alle Funktionen für Programmwahl und Lautstärke verfügbar. Dann dazu unsere kleine Remotey. Das heißt, wenn einmal alles eingerichtet ist und Sie nur noch die Programme wechseln möchten, das Gerät laut und leiser machen oder an- und ausschalten wollen, dann haben wir eine kleine Fernbedienung, die genau diesen Zweck erfüllt. Die Batterien gehören dazu, das Stromkabel natürlich auch. Es gibt übrigens, um das Gerät kennenzulernen, natürlich sofort unsere Kurzanleitung und nochmal eine Bedingungsanleitung, etwas ausführlicher. Aber Sie werden selber merken, das Gerät erschließt sich bei den Funktionen ganz von alleine und ich möchte die Spannung jetzt einfach nicht weiter nach oben treiben, sondern schauen Sie sich einfach mal unseren HDTV46 an. Das ist das neue Gerät, eloxiertes Aluminium. Eine mehrfach entspiegelte Kontrastscheibe, die die Farben nochmal hervorbringt und vor allen Dingen, die unser eingebautes Display schützt natürlich. Wir haben ein hochauflösendes Display in Full HD. Das ist die höchste Norm, die es gibt. Wir haben die Garantie von der Industrie, dass wir ein 100% Pixelfehlerfreies Display haben. Also es gibt keine Störungen, alles ist die beste Qualität, die verfügbar ist. Falls Sie Ihre Komfortfernbedingungen mal verlegt haben sollten und ganz spontan was am Gerät ändern sollten, hat Technisat natürlich hier an der Seite ein Touchpanel eingebaut. Das heißt, Sie können die Funktionen hier auch durch Berührung direkt aufrufen. Ja, man sieht es direkt, wir sprechen hier über 117 cm Bildschirmdiagonale. Das Bild passt sich automatisch an. Das heißt, Farben, Kontrast werden selber eingeregelt. Die Helligkeit wird automatisch justiert. Das heißt, nachts soll das Ganze nicht ganz so grell sein, wie zum Beispiel tagsüber, wenn die Sonne hineinscheint. Der Standfuß gehört natürlich genauso mit zum Lieferumfang. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, wir haben jetzt natürlich den puren Fernsehgenuss. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich wechsle mal zum TV hinüber. Denn dank dem Multituner können wir natürlich direkt Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen, DVB-T, Radio und analoges Fernsehen empfangen. Alles in einem Gerät. Sie brauchen keine zusätzlichen Receiver. Und vor allen Dingen, es ist ein Dual-HD-TV-Tuner. Das heißt, Sie können zwei Programme gleichzeitig empfangen. Eins aufzeichnen, eins anschauen. Und vor allen Dingen können Sie auch in HD die ganzen Sender empfangen. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz zum Beispiel Astra HD auf Platz 682. Da merkt man schon mal die Programmvielfalt. Das ist hochauflösendes Fernsehen. Das ist die Zukunft. Ob sie dann via Fernsehgenuss zu Ihnen kommt oder über einen Blu-ray oder HD-DVD-Player, über eine Spielekonsole oder über eine hochauflösende Videokamera. Das ist Ihnen überlassen. Mit dem HD-TV46 sind Sie für die Zukunft gewaffnet. Das Gerät hat sogar bis zu fünf Jahre Garantie. Und vor allen Dingen halt einen ganz tollen Bedienkomfort und Einfachheit natürlich. Ich zeichne jetzt mal kurz die Anschlüsse. Dazu gehe ich mal hier auf blau und zwar auf unser Navigationsmenü. Und da sehen Sie auch sofort, Sie können zwischen Fernsehen, Radio, der Festplatte natürlich wechseln. Sie können Musik und Bilder auch natürlich auf der Festplatte speichern. Was ich schön finde ist natürlich, wenn Sie eine digitale Fotokamera haben, haben Sie natürlich hochauflösende Bilder. 5 Megapixel, 7 Megapixel, 8 Megapixel schließen Sie direkt über USB an und dann können Sie sich Ihre Fotos, genauso wie ich mir jetzt unsere Anschlüsse einer Seite anschaue, hochauflösend betrachten. Die Anschlüsse beim HD-TV46 sitzen auf der linken Geräteseite und teilweise hier unten, was Gart- und VGA-Anschluss zum Beispiel angeht. Jetzt werfen wir mal einen Blick kurz auf die Seite. Wir haben das mal abfotografiert für Sie. Wir können natürlich alle freien Sender empfangen, aber auch die Verschlüsselten. Um diese zu entschlüsseln, gibt es im oberen Bereich des Gerätes einmal einen Smartcard-Reader für Konax, das Entschlüsselungssystem. Wenn Sie andere Entschlüsselungsmethoden benötigen, gibt es hier direkt ein doppeltes Common Interface für weitere Module. Alle Freunde des Computers natürlich. Es gibt einen Netzwerkanschluss, über den Sie auf die Festplatte natürlich auch zugreifen können. Der USB-Anschluss für Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player, Bild- und Fotogenuss sozusagen. Dann kommen wir zum Multituner. Das heißt, wir haben hier einmal den Empfang für digitales und analoges Kabelfernsehen. Dann etwas weiter. Haben wir dann direkt die Empfangsmöglichkeiten zweimal für Satellit, für das LNB1 und 2. Video- und Tonanschlüsse gibt es natürlich auch noch. Und was ganz, ganz wichtig ist, wir haben drei HDMI-Anschlüsse. HDMI ist der Nachfolger vom SCART-Kabel. Bild und Ton kommen digital in unserem HDTV46 an. Werden natürlich brillant dargestellt. Und hier können Sie dann zum Beispiel Blu-ray-Player, HD-DVD-Player, Spielekonsolen, hochauflösende Videokameras, was auch immer, können Sie da direkt anschließen. Gleich drei Anschlüsse parat, kann man die genug haben. Es gibt noch Audio-Ausgänge, zum Beispiel für den Kopfhörer oder für eine normale Stereoanlage. Ein Tipp von mir an Sie sind natürlich die Funk-Lautsprecher von Technisat, die kabellos dann direkt den Ton vom HDTV46 empfangen können. Dann gibt es noch Anschlussmöglichkeiten für Komponenten zum Beispiel und vor allen Dingen Ausgänge im Tonbereich für unsere Heimkino-Fans. Das heißt, der HDTV46 empfängt ja alles für sich. Das Bild wird wunderbar dargestellt. Wenn Sie jetzt noch eine Surround-Anlage haben, dann haben Sie hier direkt die Ausgänge für optisch und koaxial, dass Sie da den Ton, sprich zum Beispiel Dolby Digital, direkt an Ihre 5, 6 oder 7 Lautsprecher weitergeben können. Anschlussvielfalt pur, Skat-Kabel, zwei Stück sind natürlich auch noch, also zwei Skat-Anschlüsse sind auch noch mit vorhanden. Den Computer können Sie auch anschließen, aber das Tolle ist für uns jetzt einfach dieser Fernsehgenuss. Und Sie müssen auf die bekannten Mehrwertdienste von Technisat nicht verzichten. Auto-Install errichtet sich von alleine ein. Dann natürlich auch die Möglichkeit, dass man hier direkt alles empfangen kann, darstellen kann. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dass wir dann die Sie-Ferne-Info benutzen können, unsere Programmzeitschrift, die uns eine komplette Übersicht über die nächsten sieben Tage gibt, immer wieder redaktionell geführt und aktualisiert, mit natürlich auch dementsprechenden Informationen zum laufenden Sendung. Darüber können Sie auch direkt aufnehmen. Also die Möglichkeiten, die Sie von Technisat gewohnt sind, die sind natürlich alle in unserem HDTV46 vereint. Es bleibt Ihnen überlassen zu sagen, Mensch, den möchte ich mir ganz gerne Natura anschauen. Besuchen Sie zum Beispiel mal den Technisat-Fachhändler vor Ort und wenn Sie Fragen haben, können Sie sich natürlich auch an die Kundenhotline wenden. Ich werde jetzt noch ein bisschen Fernsehen schauen. Viel Spaß noch!